Oh, hier! Hochzeit! Die Angela will unbedingt heiraten! Genau! Warum das? Weil ich mich lieb! Oh, wer ist der Glückliche? Stefan Kuh. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Vier Jahre. Vier Jahre? Ja. Und schon ein Kind? Nein, noch nicht. Hast du aber vor, oder? Schätze ich mal. So in drei, vier Jahre, ja. Ah, ist doch Zeit. Genau. Ein echtes Winzbärmädchen. Ja. Können wir es auch, oder? Fast. Genau. Ja, und was habt ihr heute schon getrieben? Habt ihr was verkauft? Ja. Ein bisschen was, ja. Ui. Nach allem was kaufen. Genau. Was hast du im Angebot? Ähm, Gummibärchen. Und sonst? Kondome. Kondome, auch wichtig. Hast du ein paar verkauft? Ja. Ui, 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 ui. Und wo ist dein Mann? Ist der auf Junggesellerabstieg? Leider nicht. Der muss es schaffen. Der hat erst morgen. Morgen geht er mit den Kollegen? Genau. Wo geh ich hin? Ich will es nicht wissen. Aha. Top Secret. Ja. Ja, und wie viele Mädels hast du dabei heute? Vier. Vier. Besser als gar nichts, ne? Gute Freunde ist immer wichtig. Es klangt. Dann hast du viel verkauft, also es hat sich belohnt. Ja. Aha. Was macht ihr mit dem Geld? Versaufen? Genau. Ah. Okay. Wer möchtet ihr grüßen? Wir grüßen unsere anderen zwei Mädels, die Sarah und die Denise. Genau. Und jetzt will ich den Stefan. Der Bräutigam. Ja. Dem drücken wir auch die Daumen und euch wünschen wir viel Glück. Auf die nächsten 100 Jahre. Genau. Mindestens, oder? Ja, mindestens. Okay. Dann. Ciao, ciao.